Hallo meine Lieben, herzlich willkommen zurück zu React Redux. Heute mit der Asynchronität, die ja für viele häufig mal so ein kleiner Problempunkt ist. Kann ich absolut nachvollziehen, ist aber eigentlich total einfach, wenn man weiß wie und was eigentlich überhaupt Asynchronität hier bedeutet. Zunächst einmal der React Store, beziehungsweise der Redux Store um genau zu sein, kann leider von Haus aus überhaupt keine Asynchronität. Der ist einfach nur eine Art Speicher, der allen Zustand verwaltet. Das kennen wir ja aus den letzten Videos. Jetzt wollen wir da zum Beispiel Daten reinspeichern, die wir aber natürlich nicht synchron bekommen. In der Praxis sieht das nämlich so aus. Entweder kommen Informationen vom Benutzer, dann kann ich sie ganz normal einfügen, wie ich das zum Beispiel im To-Do-Slices gemacht habe. Der Nutzer gibt was ein, der Nutzer klickt senden und dann ist das drin im Redux Store. Und ich kann natürlich von überall in jeder Komponente drauf zugreifen. Das Problem ist die andere Seite. Ich bekomme ja relativ häufig Informationen, nicht nur vom User, sondern eben auch von meinem Backend. Von meiner Webseite sozusagen, von dem, was auf dem Server eben läuft. Zum Beispiel, wenn ich eine API habe und dort Daten anfrage. Und jetzt ist natürlich die Frage, wie kann ich diese ganzen Daten hier reinladen in den Store, ohne die ganze Zeit drauf warten zu müssen. Wie kann ich das asynchron machen? Wie kann ich meine Anfragen einfach alle rausballern? Und dann kommt nach und nach irgendwann die Antwort. Denn wir wissen ja nicht, wie lange unser Backend braucht. Dazu brauchen wir Asynchronität. Und dazu brauchen wir zum Beispiel auch beim Counterslice dieses wunderbare Thunk. Thunk steht für eine Funktion, die irgendwann später erst, naja, fertig ist halt. Und dazu gibt es auch eine Bibliothek, die wir schon intuitiv mit benutzen. Wenn ich mal ganz kurz hier das Package.json aufmache, dann sehen wir, wir haben direkt hier das Toolkit mit installiert und wir haben natürlich Redux mit installiert. Also Redux.js Toolkit ist quasi drin und Redux an sich ist natürlich auch mit drin. Wir arbeiten ja schon die ganze Zeit damit. Das wiederum bedeutet, Redux hat schon für euch alles mit installiert. Das bedeutet, eigentlich müsst ihr nichts weiter tun, außer eurem Store eben asynchron diese Dinge zu geben. Ihr könnt das Ganze natürlich auch von Hand aufsetzen. Ich würde euch allerdings wirklich empfehlen, mit Create React App zu arbeiten. Denn das hier, dieser Counterslice, ist ja auch ein Beispiel, an dem ihr euch die ganze Zeit orientieren könnt. Und das ganze Setup-Zeug, das ganze alles, ja, wird automatisch hier gemacht. So, was wir jetzt also hier haben, ist im Endeffekt, wir bauen uns eine asynchrone Funktion. Create Async Thunk. Und dieser Async Thunk ist im Endeffekt, also über Create Async Thunk bauen wir uns quasi die Funktionalität asynchron rein, als eine Art Redux Middleware. Denn der Store kann immer noch keine Asynchronität, das ändert sich auch nicht. Ähm, aber die Redux Middleware erlaubt euch quasi extra Logik auszuführen, jedes Mal, wenn zum Beispiel eine Action über Dispatch aufgerufen wird. Ihr erinnert euch, Dispatch, ähm, achso, wir sind ja sogar schon im Slice, ähm, beziehungsweise eigentlich brauche ich das hier drin. Hier haben wir dieses Dispatch. Dadurch sagen wir quasi unserem, ähm, unserem Redux Store, hey, nimm das mal in deine Werte mit auf. Und hier sagen wir, okay, wir bauen uns das in die Middleware ein, sodass wir noch eine Funktion davor schalten können, bevor Dispatch sozusagen regulär ausgeführt wird. Wir haben sozusagen extra Code, den wir in Dispatch und GetState reinbauen können. Und dadurch können wir eben, ähm, manche Dispatch-Funktion eben modifizieren, pausieren oder auch verzögern einfach oder sogar komplett anhalten oder ersetzen. Eben alles, was über Dispatch läuft. Das ist quasi unsere Möglichkeit, Dispatch zu verändern, auf das wir ja überall drauf zugreifen. Das heißt, hier müssen wir uns nicht weiter drum kümmern. Hier haben wir weiterhin Dispatch, wie, wie schon eh und je sozusagen, um Informationen in unseren Store einzufügen. Und die Asynchronität, die machen wir in der Middleware. Ähm, also sprich in diesem Increment Async, in diesem Fall hier gerade. Also, schauen wir uns mal ganz kurz an, wie das hier im Code gemacht wird. Ähm, zunächst einmal, was ist überhaupt diese Asynchronität, die wir hier haben? Wir haben hier die Add Async-Funktion und die Add If Odd. Die beiden haben wir bisher ausgespart. Ich mach jetzt mal ein Add Async und jetzt sehen wir hier, boom, jetzt ist es fertig. Also, ihr seht diesen Ladebalken, der dauert ein bisschen, ja. So hier rüber und dann ist es plötzlich da. Und Add If Odd, naja, das, ähm, funktioniert natürlich nur, wenn ich eine ungerade Zahl hab. So, ähm, das scheint aber auch gar nicht richtig zu funktionieren. Egal, ähm, wir sind sowieso gerade bei der Add Async, das heißt, das lädt halt und dann irgendwann ist das Ergebnis da. Und, ähm, wir schauen uns mal ganz kurz, also das ist natürlich, das ist natürlich Asynchronität, die nicht echt ist, ja. Das ist quasi simulierte Asynchronität, aber wenn ihr mit einer API interagieren wollt, dann ist die Asynchronität halt echt. Und wir gucken uns das Ganze jetzt mal ganz kurz an. Ähm, wir haben hier natürlich die Buttons. Wir haben hier importiert die Increment Async-Funktion, okay. Das ist genau diese Funktion hier. Ähm, das ist im Endeffekt das, wie wir hiermit interagieren können. Und wenn wir uns das jetzt mal angucken hier, wo wir die benutzt haben, ich mach jetzt hier einfach mal tatsächlich eine Suche danach, dann sehen wir, dass wir die hier unten ausschließlich benutzt haben. Und wir haben sie genau gleich benutzt, wie wir das bei allem anderen gemacht hätten. Also wir haben hier oben Dispatch aufgerufen, dann Increment by Amount und dann Increment Value. Den Teil kennen wir. Wenn wir das Ganze jetzt asynchron machen, machen wir nichts anders. Dispatch, Increment Amount, Increment Value. Genau gleich, wie wir das hatten. Und ja, hier im Counterslice sehen wir auch, okay, das ist einfach eine ganz normale Funktion offensichtlich, die eben als Async-Thunk generiert wurde. Und diese Async-Thunk hat eben hier diesen Counter-Fetch-Count als Type-Prefix und hat am Ende einen Payload-Creator. Das heißt, das, was tatsächlich als Daten geschickt wird, das wird hier erstmal generiert. Zum Vergleich, wenn wir uns das Ganze hier mal angucken, dann sehen wir hier, Increment hat zum Beispiel einfach State.Value plus gleich 1. Total simpel, direkt einfach State erhöhen um 1. Hier sagen wir, okay, wir erwarten jetzt Fetch-Count von, also das ist ja tatsächlich asynchron gemacht, das hier ist eine asynchrone Funktion an sich und wir warten jetzt, bis Fetch-Count fertig ist von Amount. Die Amount bekommen wir als Parameter hier mit. Und wenn das fertig ist, haben wir eine Response und diese Response.Data, die geben wir zurück an, dann am Ende Dispatch. Okay, naja, wie bekommen wir Fetch-Count? Fetch-Count, was ist überhaupt Fetch-Count? Das ist hier in diesem Fall eine simulierte API, die Counter-API. Das heißt, wir simulieren sozusagen, dass wir eine echte API anfragen müssen. Und die Counter-API sagt einfach hier quasi simuliert, ey, wir warten 500 Millisekunden und dann geben wir zurück, nämlich Resolve, also quasi, wir geben zurück Data von Amount. Und das ist im Endeffekt unser Aufruf hier. Das ist quasi ein Promise, der einfach 500 Millisekunden wartet. Also wir warten 500 Millisekunden, dann bekommen wir die Daten hier zurück nach Fetch-Count und stecken die in die Response, lesen uns die Data aus und geben die zurück. So, wenn wir uns das Ganze nochmal überlegen, im Vergleich, ja, ich mache das hier mal wieder zu, also wir wissen, das hier geht einfach 500 Millisekunden, kann natürlich deutlich schneller gehen bei einer echten API, wäre auch gut, aber, ja, man kann auch 500 Millisekunden mal warten. Wenn wir uns das jetzt aber mal angucken, im Unterschied, ja, wir haben diese Funktion hier in Counter ganz normal aufgerufen. Wir haben gesagt, increment doch bitte mal den Wert, um, naja, eben das Ganze asynchron zu machen, um das, was drin steht und dann dispatcht das Ganze. So, jetzt haben wir hier aufgerufen, increment-async, was wiederum create-async-thunk aufruft, was wiederum diese Funktion aufruft, die einfach 500 Millisekunden wartet und dann uns Daten zurückgibt. Hm, wie genau werden jetzt diese Return-Response-Data hier verarbeitet? Weil ich meine, hier haben wir ja an sich kein, hey, fügt das mal hinzu, also mach irgendwie den Value größer. Ja, ähm, und hier kommt der Status nochmal ins Spiel. Das heißt, wir haben hier oben in den Initial State, wir haben bisher immer nur den Value benutzt. Ihr erinnert euch, hier quasi den Value irgendwie incremented oder decremented und nie wirklich drüber nachgedacht, was eigentlich dieser Status hier tut. Und der Status, der wird auch verwendet. Und jetzt will ich nochmal ganz kurz hier ein bisschen runterscrollen zu den Extra-Reducers. Ja, hier sehen wir, wir haben den Builder verwendet, der ist einfach standardmäßig dabei. Wenn ich hier sage Extra-Reducers, ist ein Extra-Feld, wo quasi andere Reducer, die woanders, oder Actions, die woanders definiert wurden, verbaut werden können. Das heißt, in extra, also wir haben hier oben unter Reducers alle unsere Reducer drin, ja. Und die werden auch alle irgendwie verarbeitet über diesen Create-Slice. Was wir nie benutzt haben, war dieses Extra-Reducers hier unten. Und das wird hier tatsächlich auch nicht wirklich exportiert. Wir exportieren Increment, Decrement, Increment by Amount. Wir exportieren Select-Count und wir exportieren dieses Increment-If-Ord und die Reducers an sich. Also hier die Reducers, ja. Aber nirgendwo exportieren wir die Extra-Reducers. Die werden wiederum automatisch mit exportiert, weil wir hier oben den Increment-Async exportieren, als Async-Thunk. Okay, das bedeutet, die gehören sozusagen zu anderen Reducern dazu, die wir irgendwo exportieren, also zum Beispiel hier. Und hier steht ja auch ein Export vorne dran, ja. Das heißt, wir können auf Increment-Async zugreifen, wie wir das auch hier drin tun. Hier greifen wir auf Increment-Async zu. Und darüber wird dann gesagt, okay, jetzt machen wir folgendes. Der Payload wird generiert, also die eigentlichen Daten für meine eigentlichen Dispatch-Funktionen, die funktionieren hier oder werden hier drin generiert. Ich generiere mir meine Daten mit eben 500 Millisekunden Verzögerung. Soweit, so gut. Wenn ich das gemacht habe, dann kann ich hier unten meine tatsächlichen Reducer aufrufen. Die baue ich über den Builder. Und ja, also lasst euch von der Schreibweise nicht täuschen. Extra-Reducers ist einfach eine Variable sozusagen, ein Feld mit dem Value, der halt eine Funktion nimmt. Und diese Funktion nimmt einen Builder. Und der Builder, der wird halt gebaut. Das heißt, Builder.AddCase, das hätte man auch in eine Zeile schreiben können. Das finde ich ein bisschen verwirrend. Und dann hier unten drunter nochmal Builder.AddCase. Das ist ein bisschen einfacher, wenn man das dann, wenn man sich das so vor Augen führt, dass es eigentlich über den Builder hier geht. So, AddCase. Okay, was für Cases haben wir denn? Naja, wir haben Increment-Async.pending. Das heißt, während das noch lädt, also solange es noch asynchron ist, solange es eben noch nicht fertig ist, setze den Status auf Loading. Brauchen wir faktisch nicht unbedingt, aber es wird hier genutzt, um eben diesen schönen Loading-Screen, also diesen von links nach rechts Effekt zu erzielen. Das ist alles, warum wir das brauchen. Und wenn wir das Fulfilled haben, das heißt, wenn es fertig ist, dann setze den Zustand wieder auf Idle und setze den Value auf Action Payload. Also plus gleich Action Payload. Das heißt, Action.Payload, naja, das sind ja unsere Daten hier, die wir tatsächlich gemacht haben. Action.Payload beinhaltet dann das, was am Ende wirklich fertig gelaufen ist. Also im Endeffekt genau dasselbe wie hier oben. Wir haben ja hier oben auch Action.Payload. Hier unten haben wir eben Action.Payload, wenn die Daten nicht mehr asynchron vorliegen, sondern wenn sie wirklich fertig sind. Wenn ich quasi hier awaited habe, dass die Dinger durch sind, dann bekomme ich meine Response.Data und das ist mein Action.Payload am Ende. Davor, während das noch lädt, habe ich das natürlich nicht. Gut, wenn ich jetzt nochmal ganz kurz hier draufklicke, wenn ich hier mehrfach draufklicke, dann sehen wir, wenn ich draufklicken sollte, dann lädt das trotzdem einmal durch, aber es fängt wieder von vorne an zu laden. Also jedes Mal, wenn ich durch bin sozusagen und jedes Mal, wenn es fertig ist, fügt es mir die Zahlen hier oben hinzu. So wird das dann hier gehandhabt. Es wird quasi jedes Mal der Zustand wieder auf Loading gesetzt, aber die Action.Payload wird hier trotzdem ausgeführt. Das heißt, wenn ich halt 500 Mal da draufklicke gleichzeitig, dann wird jedes für sich ausgeführt und es wird im Endeffekt der Action.Payload jedes Mal auf unseren Zustand draufgesetzt, weil wir hier oben eben dann aus der Asynchronität wieder in die Synchronität rutschen. Das heißt, dieses Await wird asynchron ausgeführt, aber wir warten auf die Antwort hier eben synchron und liefern die uns zurück und fügen die eben dann auch hinzu. Die Funktion an sich ist ja selbst asynchron. Okay, das ist jetzt tatsächlich selbst kein Codeschreiben gewesen, das war mehr eine Erklärung dazu. Ich würde euch aber wirklich jederzeit empfehlen, orientiert euch an diesem Counterslice. Das ist, dazu ist er da. Dazu bauen die Leute von Create React App diesen Counterslice. In Counter habt ihr keinerlei andere Sachen, habt ihr nichts, was ihr anders irgendwie behandeln müsst. Ihr habt hier eben eine Funktion wie eine Action im Endeffekt, ganz normal wie einen ganz gewöhnlichen Reducer, nur dass es hier eben ein Async Reducer ist, beziehungsweise ein Thunk ist und den könnte ich hier genau gleich importieren. Achtet also darauf, dass ihr hier, wenn ihr Asynchronität braucht, dass ihr euch dann einen Create Async Thunk baut, den mit exportiert, einfach so wie wir das hatten und hier eine Funktion baut, die euch asynchron euren Payload generiert und dann habt ihr hier unten eben unter den Extra Reducern die Möglichkeit über Pending und Fulfilled zu entscheiden, wann das Ding noch läuft und lädt und wann es fertig ist. Mehr müsst ihr nicht beachten. Das heißt, Extra Reducers kümmern sich darum, was passiert, wenn es noch lädt und was passiert, wenn es fertig ist. Und ja, hier kümmert ihr euch darum, um dass die Daten eben irgendwann mal fertig vorgeladen werden. Mehr ist das eigentlich nicht. Mir war nur wichtig, dass ihr versteht, wie das ganze Ding funktioniert. Cool. Okay, das war es von meiner Seite auch schon wieder. Ich hoffe, ihr habt soweit das Ganze verstanden und ich konnte euch ein bisschen Klarheit in dieses Dunkel vielleicht bringen. Und wir hören uns wieder beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Vielen Dank.